ja der fahrer erster ab dem ganzen verkehr den du aufgehalten hast es vorbei oder wie ja nur durch die framer hoch was wir als unser erstes oh ich darf ausberg wie gut die ferraris gerade sind und ich war aber frecciano aufgeholt mächtig aufgeholt aber zwei sekunden bei eben so ein üblich frame einbruch hat man ich war siebte ich zwölfter ich hoffe dass sieben jetzt nicht unten bei mir das mit nvidia also das mit der version um die aktuelle das heißt ja muss er wie Prozent haben ist an den in den überwältigungen das ist es auch das spiel aus wenn die Runde muss ich gehen ich habe mich selbst sehen so alles heißt mal der reise jetzt schon wieder kaputt diese rechte kaputt so weit schon was anderes Alten Zutti zieht doch bei mir übel dich grad ran. Du bist zwölfter? Ja. Ich hab das Gefühl, dass ich nicht mehr lange weiter bleibe. Bist du da drinnen? Hä? Ich hab grad irgendjemand überholt. Massaglaub. Keine Ahnung. Irgendjemand halt. Hm. Jetzt eifst doch. Oh man. Ich nehm mal nur mit 30 FPS auf, nicht mit 60. Ich auch. Ist gut. Reicht doch. Ja. Kommt schon die vorderen Gäste? Ja. 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 Kommt schon die vorderen, dann muss ich sie wieder einholen. Ich hab was Gefühl ich bei der vierter bleiben. Ich komme an Ricciardo irgendwie nicht so richtig dran. Vielleicht irgendwie Raikön und die anderen, die ich vorher aufgehangen habe, die ziehen sich irgendwie voll weg. Nicht so gut. Ja das ist halt der Nachteil, da du etwas trägst mit dem Topspeed. Oh Gott, dahin kommt er schon wieder Fettel. In 36,8 Uhr geht die Runde, geht eigentlich noch mit den Reifen. Aber jetzt zieht Regado wieder weg. Wöller, Entschuldigung. Wieder abgekürzt. Was musst du auch mal abkürzen? Sorry. Ich bin halt nicht anders. Zu verlockend. Genauso wie ich am Anfang auch nie abgekürzt habe. Oh, verdammt. Mal Warnung abkürzen. So, so, der Juhl tut eine Haufer hier abkürzen. Ne, ich hab's aber schon vorher gemerkt, als ich's zu früh eingelenkt hab. Und hätte ich dann korrigiert, als wäre die Kurve komplett im Arsch robiert und das Fette wäre vorbeigezogen. Ja. Das war halt nicht, du, Depp. Also nicht du, sondern mein Reinigenieur. Oh, ich bin schon ziemlich am Rutschen hier. Aber ich muss jetzt auch nächste Runde in die Box. Also Ende dieser jetzt. Du bist ja schon 21. Fährst du hart? Ja, hart. Ja, okay, dann ich fahre noch weich. Ich bin weich, 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 hart. Ich wechsle jetzt noch hart. Bei mir war es so ein Standard, äh, hart, äh, nee, war ich hart, war ich. Ja, dann haben wir eben eine andere Strategie. Weil ich hab' mir nämlich auch so gelassen. Deswegen tue ich jetzt auch nur auf den Ding spannen, auf Benzin, also, dass ich halt da fahren mehr Plusrunden hab, Benzin, dass ich dann, wenn ich die neuen Reifen drauf hab, mehr Speed hab, dann... Ja, ich bin auch gerade um Reifen schon. Ich muss dann eben wieder richtig was weiß. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Gäbiiin. Ja, hat er gerade 1, 2 oder 3? Ich glaub, er hat gerade 2. Nicht, er hat gerade 1. So, das ist, schade. Aber er fährt, wie hart, gerade 3. Pass auf. Müssen nachknocken, was erzählen noch. Ich kann jetzt nicht erzählen. Fette ist, in meinem Getriebe, 0,2 weg, oh Gott! ...Reise Reicheln, zehn Sekunden, jetzt vor mir weg. das ist immer so oder okay das kann ich nachher voraus die Stimme immer ich bin jetzt im Fenster Modus warum auch immer gerade wenn mir eine Fehlermeldung kam das und das funktioniert nicht mehr wo das hier Jojo ist jetzt sehnt oh es wächst einfach gerade etwas tut mir leid ich kann gerade nicht wirklich ah ok jetzt beruhig dich wieder mir was auch irgendwie hier bei der Show wieder hier wird was geöffnet nein oh Gott warum Hallo Jojo ich glaube das hat mir jetzt die vierte Position gekostet und die fünfte Mann da muss ich genau das was öffnen wenn ich aufnehmen bei mir auch ja du bist du spielst aber im Fenster Modus ich bin jetzt auch im Fenster Modus durch den Gang Cut der tut mir jetzt Gott leid aber Gott sei'n Gott sei'n es ist einfach während des Boxenstops passiert ja nachher Massencrash äh Strafe x2 bei dir was jetzt hätte ich kurz einkönnen hier ja wenn du dich eine Strafe 1 bekommst ja gut wenn du Massencrash verursacht dann äh ne dann kriegt man raus wenn du nur eine Strafe vielleicht eine härtere Strafe also warum tisch du eigentlich immer so hart kröme weg ich hab neuer Reifen achso ok ich war ja gerade in der Box was außer im Falle ich auch im fetten Gemisch ne wurde ich nicht ich hörsch'n paar Runden ja ja dann wirst du wahrscheinlich an mich wieder ranziehen aber ich muss aber jetzt die äh die nächsten paar Runden jetzt muss ich ein paar Plätze gut machen wieder da vorne ist der Weg aus der Box gefahren das ist Hamilton oooh 10er es ist einfach Hamilton endlich ein Punkt wieder ja toll den musst du aber trotzdem erstmal halten ja gut ja meine habe ich gesagt dass es schwer ist na gut das habe ich theoretisch könntest du jetzt eigentlich durchfahren theoretisch aber das wird's nicht schaffen ne wird nicht meine Reifen sind schon halb orange ich bin aber neunter hinter Hamilton ich muss den Hamilton sofort wieder vorbei weil sonst wird das nichts mehr ich fuhre ins Hamilton ja wir sehen ihn sogar da vorne und doch ok das war der Fehler so kriegt er mich jetzt so kriege ich ihn nicht mehr musstest du eigentlich nur noch eine Staubbrücke sehen nö hab ich ihn nicht mehr gesehen und dann ist er schon abgeruft 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 auf der Wand abkürzen oh was muss er hier abkürzen ja nicht mehr ich glaube wenn du bei der Lettion Kurve abkürzen ja aber dann richtig wann ach ja es wird vielleicht noch wichtiger wenn dann die nächste Person der nächsten Rundenrennen dabei wird wenn er dann zu fahren kann also es hat an seinen Fahrgrenzen gescheitert denn er ist immer letzter geworden und das ist natürlich nicht so bezaubernd also noch schlimmer als wie ich am Anfang ja also das ist nicht ganz das ist nicht so ganz bezaubernd als noch wenig einen schlechteren Fahrer gibt als wie ich finde ich gut nö 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 oh scheiße zu spät abgebremst na was fahr ich mit den neuen Reifen oh nur ne 1 36 6 das muss besser werden warum ist jetzt mein Hund wieder oben wer in der Welt ist in die Aufnahme rein wuff 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 w Ja, man hat mich ... Hallo, du bist neuer, ich bin zehnter. Mua, ich bin zehnter. Oh, oh. Was ist jetzt hier in die Reiko? Weiß ich nicht, warum? Der muss doch eigentlich auch noch in die Box, oder? Weiß ich nicht. Oh, nur Hamilton geht weg. Verdammt. Aber mal leise ich konnte wieder besser werden, weil ich mag ... Warum tut Masha ranziehen? Sag mir das oder verrat mir das. ich kann dir nicht sagen und ich habe das komplett bei ihr hätte abgewählt tut mir leid dass es jetzt kein gutes Rennen ist für mich einfach leider nur noch aufhät boah ich hoffe dass ich nach 10. noch bin nach dem Boxstopp du bist bis jetzt noch 10. ja masserschöne mir super oh ich bin wieder 6er kommt doch dem drauf an wer noch hier Ding hat irgendein Boxstopp noch oh ich bin 10er oh jetzt ziehe ich ein paar vorbei hier es sind gerade drei Stücken mit dem Ding drin das ist gut die Box ist für dich bereit nächste Runde muss er mach ich jetzt gerne den Fehler weil sonst musst du auch keinen Fall 10er ich bin jetzt gerade bei Höhe 8er 7er also Hermann ist weg für mich nee du darfst du mir nicht vorbei also ich glaube Hermann ist jetzt nur vorbeigezogen weil ich aus dem Spiel gegangen bin aus Berlin aber ich habe eine Liederzeit in Sektor 1 und ich glaube ich habe die Rasse wieder so direkt in der Echo verhauen in der Weichel in der Weichel in der Weichel Reifen ist ein bisschen schneller und die ist ein bisschen schneller ja aber dafür nutzen sie sich dann ab ja der Sektor ja noch 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 ich meine Ricardo hat wo ein Boxstopp hat es gerade eben geheißen wo ist Ricardo so keine Ahnung Nein ich Jo alter Kona hinten Masse zieht fast vorbeeren das ist doch das ist doch das ist doch nicht ja gut drei Plätze weil die es auch im Boxstopp wollen die 3 wo hinter mir sind oh werden dann heißt es zum Ende des Rennens hinter dich hinter dich hinter dich ja hinter dich war geplant so zu reden oh 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 warte mich öffnen Augen ne die letzte Runde kann ich vergessen da vorne ist Fette wenn ich den krieg mir ist es ehrlich so verdammt das ist eine Überrundung was machst du und ziehen auf Fettstellen ich habe ja bloß 4 Runden so jetzt können wir auch das untere hier weg machen tschüss mit dir so Jochen ist ja der Box Jochen ein der Box Jochen ein der Box 13er 12er Ach Masse hat auch einen Boxstopp haben müssen okay oh 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 okay ich hab irgendwie ja A gibt mein Getriebe gerade den Geist auf 15er ah nee mein Getriebe gibt gerade den Geist auf okay warum weil es eben erst mal im vierten Gang hängen geblieben ist wir fahren auch auf automatischem Getriebe also nicht dass ich mich wundere manuell ist dann bisschen zu komplex noch für mich ja ja für mich naja also ich könnte fahren aber lange nicht so gut wie jetzt da würde ich nur 1 40er fahren oder so oh ja erstmal so tief überrunden wie der 13er werden überrunden? nein überholt ja du hast überrunden überrunden ich habe überholt gesagt Ach Wurst ich hab's auf der Aufnahme ja Alter und so hat der 133er Marke geknackt äh 133er 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 133 Neuho und der scheint immer neu erster zu sein bei Donato das werden dann kommen wir nochmal äh Venizuela oh Gott ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht was Minizuela nein der Problemleins macht aber egal äh Müsst du denn nicht eigentlich mal hungern und ähm Essen betteln? ich hab's ich weiß das ist das sollte jetzt nur ähm sarkastisch verstanden werden ich hoffe es ist das ist alles verstanden ne Höckenberg ist hinter mir ja sorry ich hab' auch nicht den Namen ja ne du ja auch als Verlinder juckt's mich nicht ja obwohl oder wollen wir es nicht doch lassen ich glaube wir übertreiben da mit dem Flüsschen einmal am Anfang des Rennens ja gut wir müssen es erst mal sagen würde ich sagen ja wir müssen es erst mal sagen so und dann so mit in dem Turm ok äh Planänderung jetzt spontan hier ja über den Ball hab ich gesagt oh Gott ja mein getriebe spielt irgendwie verrückt war da ja grad beim Bremsen was ist es im Heingang hingegeben in Zukunftsbetracht arthros und euer ich weiß aber ich sytuera ich will's hier aber nicht mit dem Getriebe Schaden auscheiden ja Pshshust Tsch EVEIEH Ach ja ich nal das nicht re kampelt Ich muss es aber она schneiden Waarom? weil ich de.. weil ich dir befehle Nö. Alter, warum leckt es jetzt wieder heftig bei mir? Okay, jetzt hat es sich wieder beruhigt. Ja, weil mir hat es eben kurz heftig geleckt, weil irgendwie mein ganzer Windows Explorer neu gestartet werden muss. Maldonado! Also irgendwie, irgendwie ist Erics, den ich gerade überrundet habe, genau so wie ich. Oh Gott, das ist schon ein geiles Battle gegen Maldonado. Ich bin nämlich außen, der innen. Ah ne, ich glaube das wird nichts mehr. Wenn sogar, lol, wenn sogar Erics, den ich gerade überrundet habe vor zwei Runden immer noch damit reinklebt, kann das nicht mehr werden. Boah, ich habe mich jetzt abgestattet. von Maldonado, keine Ahnung. Ja, Maldonado stimmt schon. So, vielleicht... Nein, ich sollte halt nicht ins Gras fahren, Schild. Okay, ich glaube das... Also der Vorder- oder Fünfter-Platz ist verloren. Aber der Sechste ist noch da, ich weiß nicht, wer weit Hülkenberg hinter mir ist. Boah, also ich bin zwölfter. Magnussen ist vor mir. Ich weiß nicht, wie weit weg von mir. Ja, mich wird auch mal interessieren, wie weit Hülkenberg weg ist. Mensch, ich würde, wenn der jetzt weit weg ist, der nah dran ist, meine ich. 14 Sekunden. 5 Sekunden nur noch. Hülkenberg ist nur noch 5 Sekunden hinter mir. Es gibt nur noch 5 Runden. Gut. Also geben wir mal ein bisschen Gas jetzt hier. Und das ist Hauptgas. Statt halbiert. Ne, ich kann... Ich kann nur noch mal an den Moment. Ich habe mir noch optimal. Ich habe noch ein bisschen gespart, wie ich. Ja, nee, ich habe mich anders gespart. Ich habe nach jedem Wochenstopper so ein, zwei Uhr schneller umgelegt. Aber du kannst jetzt... Oh, yo, leckende Kurve nicht gut. Alter, die toppen ja eines 33er Marken. Hohohoho. Da komme ich aber nicht... Ich komme aber auch wegen dem Setup nicht dran. Ich habe eine Kurvenlage wie ein Affe. Nee, wie ein Backstein. Sorry. Ich habe eine Kurvenlage wie ein Backstein. Ein Affe ist ja relativ gut in der Kurvenlage eigentlich. Oh, hoffentlich, da muss Magnussen noch ein Ding rein. Und der andere hoch vor Magnussen ist auch noch. Ich habe auch das Gefühl, dass ich auf der Geraden so schnell wie ein Backstein bin. Meine Beste Zeit 1,6,3,8,7,4. Meine ist 1,35,1,9,9. Also... Nicht die Beste. Wenn die anderen die beiden sind, dann 1,33 die Zeit. Ja. Das Rennen können wir vergessen. Cheatney. Die Hacken fangen. Oh, fett, fett. Hartgas. Anstatt Halbgas, stimmt's? Ja. Ich würde mir eigentlich gerne mal Pudding holen, aber das mache ich jetzt nach der Aufnahme. Ich habe Hunger. Oh, der ist immer nur 40 Sekunden vor mir entfernt, Magnussen. Den holst du nicht mehr. Ja. So noch 5. Fehl hat. Seine macht unten einen heftigen Fehler oder ich mache einen heftigen Fehler. Ja, gut. Ich darf keine heftigen Fehler machen. Aber ich bin... Okay, jetzt kann ich mir langsam wieder von Ericsson absetzen. Irgendwie ist es bei mir so. Das ist aber nicht Ericsson so weit vorne. Nein, die habe ich überrundet. So? Die habe ich überrundet und der Klipp mir seit... ...überrundener Marsch. Oder im Getriebe, wie auch immer. Ich kann mich nicht von deren Absetzen, nur bei der Überrundung ist. Aber, Andi, das komische ist... ...die harten Reifen ist bei mir immer so. Ja. Ich habe ab und zu einem Fastziel am Anfang so zwei Runden saugut, dann wieder drei Runden schlecht und jetzt... ...danach werden sie wieder gut. Okay. Weil ich weiß... Naja, gut, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht, aber... ...ich kann mich jetzt von Ericsson endlich mal absetzen. Ich bin gerade ein 37-2-8. Scheiße. Oh, die Reifen gehen aber auch kaum noch. Jetzt schon? Ja. Ich habe... Ähm... Ja, wohl klar, meine Heben noch vier Runden lang. Ich habe einen Fastziel, der ist wohl nicht sehr reifend schonend. Ach, du Kacke. Boah, Felgen, das ist ja da! Gott, äh, Merk! Aber er hat... Wie viele bist'n du? Sechster noch. Ich weiß nicht, wenn das noch weitergeht. Wenn du den Fallschuss einfach raushauen, so wie ich damals. Ich will aber keine Strafe kassieren, damit ich... ...nochmal... Ja, aber du musst halt eben so tun, dass du keine Strafe bekommst. Das ist die Idee, aber... Ähm, wir die Böden! Komm schon, Hülkenberg stand raus. Komm. Das wäre... Das wäre es eigentlich nicht wert, aber ehrlich gesagt, ähm... Ich möchte den Zuschauern mir auch was bieten, ne? Okay. Ich will mich jetzt nicht selber rauskriegen damit. Es wäre eigentlich... Also, es wäre es wert gewesen, aber... Tut mir leid. Nee. Oder ich mache es bei Gelegenheit mal. Okay. Wenn der irgendwie neben mir ist, dann ziehe ich vielleicht aus Versehen mal nach rechts. Boah. Hast du kurz, äh, so eine Handzugung und komm nach rechts, gell? Ja, ja. Nee, warte, da war eine Flieger auf meinem Lenker. Hahaha. Einmal, einmal von links nach rechts geworfen, gehauen. Hahaha. Hahaha. Das war der Fehler, das war der Fehler. Nein! Oh! Puh. Äh, ja. Gott, Alter, ich fahr doch schon hartgas. Äh, hoppala, fliege auf meinem Lenkerad. Oha, äh, er ist wieder vorbei. Was wird mit Lückenberg? Ich finde, es ist kurz zurück, aber leider nicht draußen. Ich hab' auch gerade nur die Zeit erschossen, und dass wie gesagt, weil ich... Eine Flieger mein Lenkerad, wie gesagt, ne? Äh, mehr hoch ist es? Man hab' nur aufs! Hä? Hä? Meckes Kurve, ein Meckes Kurve, ein Meckes Kurve. Ein Meckes Kurve, ein Meckes Kurve. Ein Meckes Kurve, ein Meckes Kurve. Ach, wir haben über die Stadtzielen, die ist, hier ja. Ja, ein Meckes Kurve, ein Meckes Kurve, ein Meckes Kurve, ein Meckes Kurve. wir haben sich doch ein Hamburger und nämlich ich meine Auspackung mit Bieten zu mitnehmen aber das ist wichtig alle machen sich um die Verweck des 70 Sekunden jetzt vor dem Weg das ist eine Angelegenheit habe ich mich auch nicht gut gemacht hat es ist ein Lückenberg vorbei er weil ich glaube ich werde zwölf Prozent ich glaube ich bleib 6 oder ich habe nur das Gefühl dass Herr Päris noch vorbei schicht der fahrer sich hülkenberg so ja leicht gekältet so jetzt nicht mehr wenige runden nur noch und dann ja zwei runden noch ein fast ziemlich genau bei mir wo ich muss es ich muss am mager fahrt in der letzten runde ich habe noch bloß zwei runden oh man ich glaube ich glaube du hast sogar zu viel gespart und sein ja bei den kies ich habe das jetzt also das hat erich sind überrundet so wie es sich ja das habe ich gerade eben gesehen jetzt ist er wie weit hinter mir ich bin auf jeden Fall 27 Sekunden hinterfassen und er ist 2,5 Sekunden hinter mir oh Gott das wird noch ein spannendes Duell boah Magnus ist jetzt 18 Sekunden von mir entfernt naja so am Ende der am Ende des Rennens es wird halt da mangelt uns auch ein bisschen die Konzentration okay ich bin wieder bei optimal ich war trotzdem mal mager weiter oh Gott ich fahre einfach mal gegen die Wand okay mein Boss hat mir gerade gesagt keinen Fehler machen sonst zieht es Paris vorbei okay okay boah ich habe meine meine Reifenhöhlen hat uns gut noch durch das finde ich gut ich meine nicht mehr ich bin also nicht wirklich der Reifen-Gott der Regen-Gott bist du mhm ja also ich kann besser als Super im Regen ich weiß aber nicht ob ich der Beste im Regen bin vielleicht ist ja der zukünftige Fahrer auch besser im Regen als ich aber das glaube ich kaum ja man muss alleine kommentieren oh Gott Paris ist ja nahe dran jetzt in der letzten Runde bloß keine Fehler mehr machen so so oh Gott wie ist der gerade herangezogen oh ne krack das ist aber schon im Ziel hier ist es im Rückspiegel rechts oh 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 knapp 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 also man merkt er will vorbei und ich rutsche auch ganz schön also ich muss man irgendwie ne äh ich muss irgendwie ne oh ich hab schon muten müssen ja ich hab's gemerkt aber ich brauche irgendwie ne Taktik und meine Reifen besser schon das kann nicht so nicht weitergehen ja du kannst dich besser muten als wie ich ich muss hier äh ich muss ja mit beiden hinten fahren ich auch ja gut du kannst aber Gas geben und kannst vielleicht nur mal kurz mal lenken fuck ich hab Paris fast gedreht er war kurz vorbei oh Reiko ist ja auch wieder da oh Gott aber Reiko ist ja auch wieder da aber Reiko ist ja auch wieder da oh Gott aber Reiko ist ja auch wieder da oh Gott ist ja auch noch vorbei nein doch nicht Paris hat zurückgesteckt äh nee ich war zu Reiko hat zurückgesteckt und Paris hat zurückgesteckt und Paris hat zurückgesetzt so oh heilige Maria Marko Motto Gott bringt mich halt das Ziel es war auf dem sechsten Platz ich bin zwölfter da hat Gott 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 kann man voll heißt sie was machen wenn er auch sagen machen wenn es Prozent sind er wird ein Ziel Gott um mit mehreren 20 Sekunden Zeitstrafe das habe ich die ausgebunden es ist an die aber ich hätte mich aber die Zeit doch ist aufgebunden und so ist es wenn er sich selbst und er hat 20 Sekunden Strafe und ich weiß nicht wie weit hinter ihm ist ihr aber schade nur unter mich dann schon erreicht hätte ich das zu schauen lasst mir die Bewertung da, wenn euch der Part gefallen hat, schaut beim Opti-Poball, bei dem wir auch packen, die Duelle. Oh, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, ja, ich bin enttäuscht, oh. Ja, ich auch, obwohl ich 6er geworden bin, ich verstehe es nicht so genau. Aber, ähm, ja. Oh, wenn auf die Erde gemeint. Ja, erzähl weiter. Freut euch aufs nächste Rennen am Mittwoch wieder. Und vergesst nicht, auch Montag bei der Terra-Folge bei mir vorbeizuschauen, weil Andi den Applaus, den weiß ich nicht genau, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall morgen bei mir, Andi war aber scheiße, morgens Sonntag, dann, wenn das jetzt hier gerade kommt. Äh, ja, morgens Sonntag. Ja gut, aber dafür kommen wir jetzt an, wo wir am Dienstag aufnehmen, kommen dann, nee, warte mal, heute, nee, wenn du nicht heute, Mittwoch, das heißt Donnerstag, kommt dann in der nächsten Folge, und das heißt, es war. Nee, also heute ist Dienstag am Aufnahmetag, das kann ich jetzt sagen. Am Mittwoch kommt der erste Zeit, der zweite Teil, wo wir jetzt die Absage machen, glaube ich, am Samstag. So, morgen ist Sonntag. So, mein Warn, ja. Okay, bis, dann. Tschüss. Juss, jetzt ist es auch ein Klo, und ich muss nicht. Ich mach einfach, heute, wie auf der Welt. Ich nehm auch noch, und bis jetzt schon in den Teil, in der Tag, was. So, wieviel, ne, ich zeige auch, drei bis jetzt, bis jetzt, und tschüss. Tschüss.